Die Geschichte ist eigentlich schon relativ kurz. Wir haben ja vielleicht dazu gefehlt, dass wir den ganzen Film machen können. Es ist auch von Durin natürlich eine gute Wahlgeschichte. Das ist eine gute Wahlgeschichte. Es ist ein wenig Glück, aber es ist eine gute Bildung. Es ist eigentlich immer wahnsinnig. Es ist eine gute Idee. Wir haben einen Feigen geknettet. Zwei Minuten habe ich uns erst zu Hause gewonnen als Felsprinke. Und dann kam das Film für die letzte Bildung. Und dann haben wir abgesagt. Und dann haben wir, wie ich sage, Ola und Lied für die Schellen noch zu entwenden. Und ja, das ist toll. Ich habe Ola, der Regisseur, durch den Ritzen, den Namen der Schienz- und Lied für die Bildung. Wenn ich denen wahrscheinlich auch richtig Glück hatte, weil sie sich immer die eigene Vorordnung haben kann, dann kann ich einfach nicht. Hier ist es eigentlich noch genug. Dann waren alle noch, es ist von mir gekommen, einfach unsere Gäste zu sehen.